was ist das denn jetzt jedes mal wechseln hier von munition hatte jetzt auch keinen bock drauf ich bin ganz schön komisch einfach mir an mir vorbei gezimmert der ist eine schöne flagge da sollte wahrscheinlich wohl ein anderes zeichen drauf sein aber hier würde ich mir glaube ich auch noch in der flur stellen kannst du drauf gehen hat sieht doch mal geil aus kommandantur alles klar wir sind unterwegs kann man an tour jawohl so aber noch lange jetzt auch pur wo gut ich brauche kein mini pack mehr den nehme ich auch noch den anderen nehme ich auch noch dann habe ich sie ja so viele kacke ein porträt in auftrag zu geben dass ihr um ego schmeichelt dann verschwenden sie ihre farbe general ok ja da muss auch immer drauf kommen dass er auf geht da warte er ist hier oben umgucken ja 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 na komm doch du Oh, ich drehe eine Gänsehaut, mega, ey. Scheiße. Ja! Ich seh keinen von hier. Achtung, Gradate! Gradate! Aufwandte! Äh, quick. Ich glaubst du, wo du hinwolltest, sag' mal. Wow, 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 wow! Käpt'n Veskowitsch, wir kommen jetzt für einer. 2,89. 3,89. Wollen wir jetzt? Wollen wir noch? Wollen wir nicht? Wollen wir jetzt? Das war's. Blöder Saftsack. Zurufe. 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 heute nicht mehr knapp danke dir mein kleiner süßer aber guckt euch das mal an was haben die aus was haben die aus den gemacht er ist doch kein hund mehr dachte die arme hunde okay steppt ja der bär was andere geschützt nehmen ja ich bin ja schon dabei wo ist denn da und da geht ja gut ja was ist es kommt ja gar nicht weg da war irgendwie holz geschnetzelt ist müssen wir kaputt machen sonst kommt nicht dran vorbei dort noch mehr tote weil das viel zu oft gesehen urs army scheiße die strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen wir sitzen hier oben fest versuchen sie es mal von ihrer position aus vielleicht kann ihnen das hier nützlich sagen was denn jetzt hingeworfen aber das regimen wird gerade jede menge wochen die hand wo willst du denn nach oben jawohl und da ist aber auch dass da jetzt von offensichtlich sind wir irgendwann unten angekommen hoch was für deine füße sind gebrauchen was zum o das ist gebraucht versuchen sie die Tür aufzukriegen los scheiße Alter wo sind wir denn hier gelandet ey sie kommen aus dem Schaltkasten wie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsraum was Verbrennungsraum ich dachte das wäre für die Tür nein verdachten oben eingeschaltet ab schon brennt sie den Schalter scheiße komm schon komm schon komm schon komm schon wir sind geliebbar es tut mir leid es tut mir leid voll bis scheiße man kann das nicht aus uah ja ich bin schon dabei mensch kein spes ey holeroll kann das beste fährt nicht vor also bitte da war doch immer ja ich komm schon hier und 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 jawohl mal auf los rein da los rein geh doch geh doch ja wenn du mal da weg gehst dann komm ich auch da rein das bleib ich wie soll ich denn da wenn der mitten im raum steht ey was für ein schöner bug ey die kommen auch sachen ey das ist nicht mehr brauche ich sie es nicht mehr drücke eh um fortzufahren oh krass ja weil ausgerechnet der Schublade der Schlüssel ist ne und dass wir den das aufmachen wenn ihr wenn nicht der ach so den wusste das ja äh lol ich kann doch gar nicht rennen mit dem johl Mendow aber jetzt ist er weg von der tür da geht doch an die der hätte aber vorher schon dass hier das gefällt mir jetzt überhaupt nicht hier lauf doch jetzt geschenk schießen geschafft was haben wir jetzt hier briefe hier war das jetzt noch mal nach links heinrich was haben sich zur oberkommandante USA will ich das jetzt lesen flugzeugen der alli ich will aufs bieten raus das ist dagegen hier abzuhauen ich höre da draußen was da kommt jemand ja das macht ja 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 ich 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 Vielen Dank.